Freiheit für alle! Freiheit für dich! Freiheit für mich! Freiheit für uns alle! Merkel, hörst du mich? Freiheit für dich! Freiheit für mich! Freiheit für uns alle! Söder, hörst du mich? Ich darf als ersten Redner ganz herzlich begrüßen und auf die Bühne bitten, Herrn Dr. Klaus Lang. Einen großen Applaus für Dr. Lang. Dr. Lang wird auch nicht müde, die Maßnahmen, die getroffen wurden, vor dem Hintergrund auch der medizinischen Fakten zu kritisieren und auch einmal etwas auseinanderzunehmen. Und wenn ich richtig informiert bin, wird heute die Impfung beziehungsweise Sinn und Zweck der Impfung im Mittelpunkt stehen. und es ist mir eine große Freude, dass Klaus Lang heute wieder seine medizinische Expertise zu diesen hochspannenden Fragen auf unserer Bühne abgibt. Vielen Dank, Herr Lang, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, liebe Erdinger. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich erzähle Ihnen mal ganz allgemein, wie es dazu kommt, dass man ein Medikament und eine Impfung ist nichts anderes als die Entwicklung eines Medikamentes wieder die Abläufe normalerweise sind. Wenn Sie also irgendein Medikament gegen eine Krankheit gefunden haben, was wahrscheinlich wirkt, muss es bestimmte Prüfungsläufe durchlaufen. Das nennt man halt Studien. Da gibt es eine gewisse Hierarchie, wie das läuft. Da fängt man mit bestimmten Tieren an, die unserem Stoffwechsel am ähnlichsten sind und irgendwann natürlich auch an Menschen. Das braucht aber eine bestimmte Zeit, weil es einfach abgearbeitet werden muss. Und Sie müssen zum Beispiel bei jedem Medikament auch das Medikament auf Nebenwirkungen prüfen, an die Sie gar nicht gleich denken, beispielsweise wenn Sie eine Kopfschmerztablette auf den Markt bringen oder eine Schlaftablette, dann müssen Sie auch überprüfen, ob die eventuell eine Wirkung auf die Reproduktionsfähigkeit, also manchen auf Schwangerschaften, haben kann. Und wenn Sie das nicht tun, weil man gar nicht daran gedacht hat, dann passiert so etwas wie Kontergan beispielsweise. Da ist man auch nicht auf die Idee gekommen, dass eine sehr wirksame Schlaftablette, wenn sie eingenommen wird von Frauen im zweiten und dritten Monat ihrer Schwangerschaft, eben missgebildete Kinder hervorrufen können. Auf die Idee ist man gar nicht gekommen. Das weiß man jetzt. Deswegen müssen diese Medikamente alle so geprüft werden. Und so müssen Sie das natürlich auch machen. Jetzt ist die Frage, wenn Sie also eine Versuchsreihe starten, um beispielsweise bei einem kranken, bei einem gesunden Versuchstier herauszufinden, ob dieses Medikament, egal wofür oder wogegen es ist, möglicherweise Schäden bei den Nachkommen erzeugt. Dann müssen Sie einfach das Ende der Schwangerschaft dieses Tieres abwarten. Und die Dauer einer Schwangerschaft können Sie eben nicht per Parteitagsbeschluss in Berlin festlegen. Und deswegen dauert es eben auch fünf bis sechs Jahre vom Auffinden einer Wirksubstanz, bis Sie all diese Untersuchungen gemacht haben, ausgewertet haben, bis man das Ergebnis hat, dass dieses Medikament so sicher ist, dass es an jeden in der ganzen Welt über eine Apotheke oder wie auch immer verkauft werden kann. Das heißt, es ist praktisch unmöglich, vom Auffinden einer Substanz innerhalb von einem Jahr alle diese Testreihen durchzuführen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass diese Testung schlecht ist oder dass dieses Medikament schlecht ist. Es sagt nur aus, dass wir bestimmte Informationen nicht haben. Das sagt es aus. Und es sagt, das kann durchaus wirksam sein, dieses Medikament, das ist gar keine Frage. So wie beispielsweise in den 90er Jahren auch eine Fettsenkungstablette sehr wirksam war, die von der Firma Höchst hergestellt worden ist. Nur leider hat man hinterher erst festgestellt, dass sie Leberschäden machen kann bis zum Leberversagen und es sind Menschen daran gestorben. Das hat man vorher nicht gemerkt. Das ist nicht die Boshaftigkeit der Pharmafirma. Die können dafür nichts. Sowas kann auftreten. Aus diesen Dingen lernt man in der medizinischen Wissenschaft und testet das später. Und wenn man eben aus irgendwelchen Gründen diese Tests nicht macht, dann bedeutet das nichts anderes, als dass dann die Anwender zu den Versuchstieren werden. Das Medikament, was von der Mainzer Firma zur Impfung hergestellt wird, hat nach jetziger Erkenntnis der Studienlage eine sehr gute Wirkung und wenig Nebenwirkung. Bei wem wurde dieses Medikament getestet? Es wurde bei 44.000 Menschen im Alter von 20 bis 65 Jahren getestet. Nochmals zur Präzisierung, bei gesunden 20 bis 65-jährigen Menschen. Wer soll denn das Medikament bekommen als erster? Die über 65-Jährigen mit Multimorbidität, also die, die schon viele Krankheiten mitbringen. Das kann gut gehen. Das kann funktionieren. Aber genau bei diesem Klientel, jedenfalls nach Publikationsstamm von dieser Woche, sind diese Art von Menschen gar nicht in die Studien eingeschlossen worden. Das ist auch wiederum keine Boshaftigkeit, sondern so funktionieren Studien und deren Organisation in der Frühzeit der Entwicklung eines Medikaments. Man nimmt erstmal Gesunde in einem normalen Alter und testet dieses Medikament aus. Momentan ist der Kenntnisstand, dass diejenigen, die es als Erste kriegen sollen, in den Studien überhaupt nicht repräsentiert sind. Das heißt nicht, dass es schief gehen kann. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es sagt nur, dass es darüber bisher keinerlei Erkenntnisse gibt und dass jeder wissen muss, wenn er dieses Medikament in diesem Stadium bekommt, dass er letzten Endes zur Erkenntnisgewinnung der Wissenschaft beiträgt. Vorsichtig formuliert. Das heißt, jeder, der sich damit nach jetziger Erkenntnis impfen lässt, muss wissen, dass er um den Vorteil willen, dass er ein geringeres Risiko an dieser Erkrankung zu erkranken damit erkauft, dass er eben wissen muss, dass man über dieses Medikament wesentlich weniger weiß, als über jede Aspirin-Tablette, die hier auf dem Markt ist. Das muss man einfach wissen. Das ist keine Verteufelung. Das ist kein Schlechtreden. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass der Wissens- und Erkenntnisstand zwangsläufig aufgrund der ultrakurzen Testzeit gar nicht größer sein kann. Das müssen Sie wissen, wenn Sie sich mit solch einem Medikament behandeln lassen. Ich glaube, der Herr dahinten in der roten Jacke sollte auch mal vor das Mikrofon treten. Das wäre viel günstiger, da braucht er nicht so zu schreien. Das ist viel einfacher. Ja, die Einladung an das offene Mikrofon, er geht an jeden, auch die Personen, die von hinten in unsere Versammlung hineinschreien. Wir haben hier ein Mikrofon und da darf man seine Meinung gern Kultu. Jetzt vielleicht Zeit für ein bisschen Musik.